Das ist ja Hauptmission, was wir hier machen, ne? Stimmt. Haben wir denn überhaupt noch ne Nebenquest? Warte mal. Äh, nur geht zu kurz und... Ne, so. Hey, 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 was passiert hier? Freunde der Nacht, oder des Tages, ich muss los. Alles klar. Okay. Ich schließe mich euch morgen wieder an. Alles klar. Hau rein, und zieh dir morgen ein anderes Shirt an. Das Gelbe ist eklig. Okay, mach ich dann. Wenn meine Mama die anderen gebügelt hat. Aufkommen, Marsti, wir machen auf den Rest. Jetzt sind wir nur noch zu zweit. Ja, alle lassen sie uns alleine. Das muss hier irgendwo sein. Bestimmt oben, hundertpro, ich geh mal hoch. Äh, hier sind Gerüst... Gerüster. Äh, das sind Gerüster, gell? Gerüster? Gerüster? Habe ich eigentlich ein neues Outfit? Ja, jetzt habe ich das gleiche Outfit wie du. Boah, was? Cool, es gibt neue Outfits. Was? Ja, man. Geil, Alter, ich nehme das italienische Outfit. Was für ein italienisches Outfit. Ja, komm hoch und guck mich an, dann weiß ich es. Mensch, ich bin auch Südländer. Ach, am Arsch. Du bist Deutsch. Süddeutscher. Na, guck. Da. Guck mich an. Ach, du meine Scheiße. So geil. Kannst ja England nehmen oder so. Wo finden wir jetzt die Spraydosen? Hier ist eine Zombiefigur. Wo ist meine Tasche? Tasche? Hier. Hier. Outfits. Gibt's neue seit dem Update. Ja, aber wo finden wir jetzt die Spraydosen? Kann mir das mal einer sagen? Ah, ja. Äh, ich glaube schon. Was? Ähm. Wie? Ist das ein Flugzeug? Ne, ich sehe keins. Ah, was zum Teufel? Ah, was zum Teufel? Ey, ich bin Captain America. Ich bin Captain America. Ich bin Captain America. Ja, alles klar. Doch, Flugzeug, Flugzeug, Flugzeug. Ey, such doch mal lieber die Spraydosen. Willst du nicht irgendwie GAE? Dann müssen wir hier runter, oder? Ne. Doch, kann man machen. Komm, schnell. Ist das weit weg? Äh, dürfte nicht weit. Dahinten brennt's. Äh, da raucht's. Epa, epa, epa. Da rennt ein Italiener vor mir her. El Adore, El Adore! Schalte Motore! Ohne, ich bin im Namen egal, keiner. Du bist Captain America. Lass mal sehen Captain America. Captain America! Äh, ha, 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 ha. Captain America! Jetzt fehlt bloß noch Daddy. Hier ist noch jemand in Gefahr. Ich mach den kurz. Boah, was? Ja, okay, er ist doch nicht in Gefahr. Ja. Hast du alles kaputt gemacht? Ja. Wo ist denn das scheiß GAE-Paket? Doof? Bin ich bescheuert? Ja, du bist daneben. Ja. Ich bin daneben gerannt. Ja, daneben gerannt. Oh, jetzt sind wir nicht die ersten. Hier Arschlöcher. Alter, dieser Spucker! Bam! Und? Ich hab den einen in die Kiste reingestoßen. Was hast du? Ich hab den einen in die Kiste reingestoßen. Ich komm. Ich komm, Junge, ich komm! Nimm's da! Du bist wichtig! Tatsächlich, der liegt bei mir auch in der Kiste. Schön verpackt! In die Kiste, nein! Ah jo, den schicken wir jetzt wieder zurück. Ja? Auf, ja. Retour! Komm, ich geb dir schnell die Paketchen. Ja, okay. Und ich muss dann auch mal ganz kurz skillen! Ich hab wieder ein paar Punkte! Die hab ich noch nicht verteilt. Skill du mal, ich beschütz dich mal. Ich zerteil die mal. Überlebung und Kampf. Boah, ist das... Gruß aus Belfast. Belfast. Lernen Sie, wie Sie Autobombenfallen legen. Na, ist langweilig. Kannst du was anderes machen? Lernen Sie, wie man Schilder herstellt. Äh, langweilig. Doping... Dopingarzt! Äh, ich glaub, das ist ganz okay. Sterne des Schmerzes. Ja, komm. Ich nehm die Sterne des Schmerzes. Okay. Mal gucken, Kraft. Was kann ich da jetzt noch? Weißt du das? Nahkampf. Werfen Sie hier eine beliebige Nahkampfwaffe. Ah, das ist nicht so gut. Mhm. Ein kräftiger Schlag auf dem Boden bringt ihre Feinde zu Fall. Was? Ja, ich glaub, das hab ich auch relativ früh gemacht. Waffenliebhaber. Sie lernen, wie sie Waffen effizienter einsetzen. Hm, klappt das? Ja. What? Ähm, du weißt, was jetzt kommt? Nein. Heil dich. Ja, Mama. Vor allem Mama, gell? Ja. Ich bin die Mama als Mann. Wieso springst denn du daneben? Ich weiß es nicht. Aus dem Weg! Vorsicht! Kopf ab! So, jetzt such mal die Spraydosen. Ja. Guck mal erst hier unten. Ich glaub aber schon, dass die oben sind, oder? Ja, ich glaube sogar, die sind irgendwie auf den Balkons. Oder auf den Geländers. Geländers? Geländers. Geländers. Elendige Geländers. Okay. Also auf dem Dach hab ich eine jetzt gefunden. Oh, ist eine Tür. Geht aber nicht auf. Du musst sie nicht aufmachen. Natürlich. Die Spraydosen muss sie nicht aufmachen. Die Tür. Achso. Ich hab auch eine. Die war aufm, äh, nicht aufm Gelände, ja. Aufm Gerüst. Oh, hier ist auch einer. Händler. Äh. Du meinst, du kannst die letzte kaufen, oder was? Ja, vielleicht. Hätte ja sein können. Frag ihn mal. Du wirst nirgends etwas Besseres finden. Ey, du? Du wirst nirgends etwas Besseres finden. Geht. Hä? Jeeeeehaaa! Weißt du, wie, was? Bin gleich wieder da. So, hast du die letzte Spraydose gefunden, oder nicht? Nein, nein. Ich hab noch ein bisschen hier auf dich aufgepasst, weil du bist mal wieder irgendwo mitten in der Pampa gestanden. Warte mal. Ne, das ist ein Rohr. Ne, das gibt's doch nicht. Wo ist das? Ist nur noch eine. Ja, eben. Boah, hab ich sowas. Hast du? Hast du? Nein. Könnte ja auch in nem Eimer drin sein. Bestimmt irgendwo auf nem Balkon. 100 pro. Naja, die kann auch in nem Eimer drin sein, gell. Boah, bleib ich hier drin hängen? Hm, Stock vielleicht auch. Das gibt's noch nicht. Wo ist die? Warum ist immer alles so gut versteckt? Ja, du weißt ja, damit's die Handwerker nicht finden. Ja, okay. Vor allem die Handwerker. Ah, warte mal. Vielleicht den Müll? Ah, nee. Ah, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Hast du's? Ich weiß es nicht, warte. Kokisch. Hä? Ja, hab's. Perfekt. Okay. Gut. Und jetzt? Muss ich nur irgendwie hier wieder runterkommen? Jetzt muss man hier Graffiti machen, damit der Hubschrauber kommt. Okay. Graffiti! Hä, ich muss erst noch schlachten. Ach, lass die Zombies Zombies sein, komm. Ich hab die Zombies gern. Zum Zerteilen. Ja. Ach nee, wir müssen die nur abgeben. Nix Graffiti, oder? Oder doch, hier auf dem Dach wahrscheinlich. Ja, aber geben wir's ja erstmal ab, oder? Sicherheitszone. Sicherheitszone verlassen. Hier müssen wir sprühen, hier. Ja. Ja, dann sprühen wir. Äh, wie willst du sprühen? Ja, keine Ahnung. Lass uns erstmal zu dem Typen gehen, oder? Was meinst du? Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, wir müssen erst mit ihm sprechen. Weil wir wissen von alleine nicht, dass wir sprechen müssen. Ja, echt jetzt. Wir sind so dumm und wissen das nicht. Na? Erol! Hallo! Hallo! Geht nicht. Hallo! Rede mit uns! Na? Wo Heinz hier? Ja? Okay. Gehen sie aufs Dach und sprayen sie, ähm, ja. 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 Aber das hat doch gar nicht funktioniert gerade, oder? Ja, ne. Das ist ja geil. Warte mal. Ja. Ich will hier irgendwelche Markierungen... Pack die Spraydose aus und fang an! Pssst! Ah, jetzt nicht. Pssst! Hä? Wie ist denn das jetzt geschafft? Keine Ahnung. Ich hab halt einfach gedrückt die ganze Zeit. F, oder? Ja, ja. So, was haben wir hier? F, D, P... Nee, L, P? Wahrscheinlich wird das Help sein. Help! Help me! Quatsch, das wird doch nicht Help heißen, oder? Na klar! Jetzt kommt das E. Help! Help! Help me! Jetzt müssen wir mit Erol sprechen. Sprechen Sie mit Erol! Jetzt. Zufrieden? Das Dach wurde bemalt. Gut. Dann gibt es jetzt nur noch eins. Im ersten Stock ist ein Spind mit einem Kleidersack darin. Bringen Sie mir den. Da Sie ihn sowieso öffnen werden, kann ich Ihnen auch gleich sagen, dass 24,7 Millionen Dollar darin sind. Ein Drittel davon gehört Ihnen, wenn Sie mir den Beutel bringen. Warum holt Edward ihn nicht? Da sind zu viele Beißer. Ich kann nicht riskieren, ihn zu verlieren. Wir wären komplett wehrlos. Und dieses Geld gehört Ihnen? Die meisten Kunden der Bank sind keine Menschen mehr. Es ist also kein Verbrechen, sie zu bestehlen. Oder haben Sie noch nie einem Beißer das Portemonnaie geklaut? Okay, ich hole den Sack. Aber Sie fordern die Evakuierung erst an, wenn ich es Ihnen sage. Wenn Sie das Geld haben, nehme ich das Funkgerät mit. Auf gar keinen Fall! Sie werden sich darauf einlassen. Sie haben keine Wahl. Sie sind schlimmer als Karim. Gut. Ich akzeptiere Ihre Bedingungen. Holen wir das Geld, du Sack. Holen wir den Geldsack, du Sack. Geil, oder? Ja. Kriegen wir Millionen. Oh! Ich möchte da mitspringen. Warte mal. Möglich jetzt. Hm? Demp. Ups. Du hast voll übers Kind gehüpft, Mann. Masti. Pädobär. Wat? Ich geb' dir gleich. Ich bin Captain America. Ja, total. Sind wir hier hoch, oder? Ne, da sagt runter. Irgendwas. Ja. Au! Warte. Bei mir lief grad was schief. Jetzt bin ich wieder im Game. Hier. Die Tür. Wo müssen wir jetzt hin? Tocchi! Hier unten! Tocchi! Komm doch runter! Ja genau, jetzt springen. Machst du die Zeit, Mann. Warte. Da drüben, da drüben, da drüben. Was ist da drüben? Da beißt ein... Ja. Ja gut, dann geh ich halt ohne dich da rein. Das ist mir auch egal. Willst du keine Kohle? Wieso? Was ist denn da? Ich hab' einem grad geholfen. Der hat nen Vollstrecker, komm her. Ja, bin schon da. Der hat gar nichts. Ja. Heil dich. Nein, nein, nein. Bin doch schon drin. Komm. Okay. Hab' ich gesagt, du sollst dich heilen? Schon wieder in die... Nein, hast du nicht. Meine 25 Millionen. Ich hab' mich geheilt. Bist du jetzt zufrieden, ja? Ja. Na, dann bin ich ja beruhigt. Kannst du mal die Seife hier aufheben? Nein, danke. Äh, achte auf. Hier ist der Spind. Hier ist der Spind. Mit dem Geld. Alles klar. Oh. 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 Ups. Der ist kopflos. Der ist leer? Leer. Na ja, klar. Okay. Was? Der ist leer. Ja. Wir müssen irgendwie auf die andere Seite kommen. Hm. Dann geht's auf jeden Fall. Äh. Was? Ich hör' was. Was ist das? Ich hatte keinen Fall. Der hat uns verarscht. Das wäre dumm ihnen zu vertrauen. Es ist nicht so wie es aussieht. Ich hätte sie mitgenommen. Als sie noch der Fall besuchten, habe ich die Verkundierung kontaktiert. Bei den Arsch, oder? Schon. Also nannte ich ihren Namen. Ich weiß nicht wer sie sind, aber die wussten es. Und sie sagen sie durften nicht mit. Also musste ich sie irgendwie beschäftigen. In dem Sack ist dein Geld. Zumindest nicht viel. Sorry, Crane. Aber ich muss meine Familie raussachen. Gehen sie auf das Dach. Dann finden sie alle solche Sachen. Nicht das, was ich versprochen habe. Aber das Beste, was ich tun kann. Danke für alles, Crane. Viel Glück. Hier spricht Ayo. Spielt nicht im dunkelnden Helden. Kommt hierher zurück, oder sucht euch ein Versteck. Noch eine Stunde. Oh, es wird dunkel? Mhm. Dann lass mal raus. Wenn ich wüsste wo. Aber dass die dauernd die Areale recyceln müssen, das kotzt mich so an. Wir sind jetzt schon dreimal in der... gewesen hier. Naja, in die Tasche habe ich irgendwie zum 25. Tausendemal schon irgendwie durchsucht. Und immer wieder habe ich was drin gefunden. Hä? Wir sind hoch. Wie? Wo geht's denn hoch, bitte? Aber pass trotzdem auf. Da könnten irgendwie... Explodierer hinter der Tür stehen. Hä? Ähm... Der sagt nach oben. Ja. Hier lang? Ne, hier sind nur wieder Türen. Hallo. Hallo? Das gibt's doch einfach nicht. Jetzt waren wir schon so oft hier drinnen, wissen wir nicht wo es lang geht. Hier ist auch alles zugestellt, man. Echt? Solche Banausen. An der Zombie-Avokalypse kann man doch nicht alles zustellen. Das sind doch Fluchtwege. Eben. 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 Ach hier, hier. Hier geht's nach oben. Ah! Weg mit dir! Wieso hast du den ins Geländer hier reingehängt? Ja, weil... Kunst. Okay. Na? Ja? Ja. Ich hab mal hier jemanden Hallo gesagt. Ja, wen denn? Oh. Der Lehrerin. Ja. Oh, ich hab ihn... Schau mal, ich hab ihn geteilt. Das ist so Elternabend, ne? Du? Willst du die Hälfte? Ne, danke. Seinen verfaulten Arsch kannst du selber behalten. Vor allem... meinen verfaulten Arsch. Und? Ja. Koffer? Ich krieg grad die ganze Zeit so... Achievements. Voll übertrieben. Hä? Ähm... Ach da! Hier geht's aufs Dach. Hä? Noch ein Teddy. Hast du den etwa mitgenommen? Nee. Du? Ja, ja. Gibst du? Ja, okay. Ich hab ihn mitgenommen. Nein! Ich wollte dir nicht vorenthalten. Kennst du... Weißt du wie man früher Schlösser geknackt hat? Schneller! Ey, Marci, der Witz wird langsam echt alt. Ich hasse es. Ohne Witz. Genauso alt wie ich bin, oder? Wollte ich doch sagen. Du bist ein alter Sack, Alter. Hey, bitte! 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 So, also, wir müssen aufs Dach. Alter, mal vormerhauen. Wie ist das denn ein bisschen tödlichen Baseballschläger? So, frische Frischluft wieder hier. Hey, guck mal! Wie war denn Tag? Schau mal hören, wer da ist. Karim. Gib mir die Kisten, Mann. Ich dachte, wir hätten uns verstanden. Ich denke, wir verstehen uns jetzt noch besser. Aber, wenn du schießen willst... Vielleicht ein andermal. Er hat dir ein paar Sachen dagelassen. Erst wollte ich sie klauen, aber dann dachte ich... Geht nicht. Crain hat sie sich verdient. Ah, du bist fast in Ordnung, Karim. Fast. Bis zum nächsten Mal. Viel Glück, Karim. Genau. Versteigt mir noch einer von den Normalsten zu sein hier. Ja. Hier spricht Arjo. Es wird dunkel, Leute. Sucht euch ein Versteck für die Nacht und verhaltet euch ruhig. Bis morgen früh. Bis morgen früh. Kisten. Kisten. So. Jetzt, was haben wir noch? Jetzt hol mal um... Hier sind noch mehr Kisten. Ja. Ich bin hier grad schon wieder am Knacken. Knacken! Ich hasse es! Was zur Hölle? Ist es dunkel geworden? Äh, ne. Hier ist nur irgendwie das Feuer weg. Aber es wird dunkler. Ja, toll. Nein, jetzt! Mann! Tocky, komm! Ja, ich... Mach doch schon, aber... Jetzt. Ich hasse es. Also besonders in diesem Spiel. Ja, nimm mal noch die GRE-Dinger hier. Ah. Und gib mir deine. Was zahlst? Was los? Gib her. Es heißt, biete! Du Captain America verschnittlos. Da. Danke. Und? Was ist alles? Ja, willst noch mehr? Ja, hier sind zwei Kisten, alter. Was ist los mit dir? Ich hab dir alle gegeben, du... Ach, das ist ja dann so gestapelt, oder was? Ja. Was? Sollen wir die schnell abgeben, dass du wieder aufleveln kannst? Ja, wir müssen sowieso... Also, ich würd sagen, wir holen jetzt die... Bombe? Wir holen uns jetzt die Bombe. Mhm. Und dann geben wir die Kreide ab im Turm und können dann auch die ganzen Sachen im Turm abgeben. E-Pakete abgeben, ja. Ja. Und dann, äh... Ja. Gehts weiter. Dann müssen wir zu Dr. Z. Dr. Z. Dr. Z. Dr. Z. Oh, jetzt hab ich schon gewechselt auf Dings hier. Ey... W-Wire up, bear! W-Wire up, bear! W-Was hie ich? Nix. Zombies. Okay. Ach, Zombies. V-Licht ist schön. Wie? Die Nacht bricht an. Ach, es ist noch gar nicht Nacht. Nee. So, die Albträume noch gar nicht unterwegs oder was? Nee. Aber die kommen gleich. Ja, jetzt, jetzt. Es ist soweit. Hast du auf die Uhr geschaut? Ja, ich sehe schon einen. Boah, der kommt mir gleich entgegen. Was ist los mit dem? Hallo. Renn doch nicht weg. Ja, lass doch den Funseln aus. Ich will doch ein bisschen spielen. Hm. Toll. Weißt aber, wenn ich spielen will, dann ist das bei mir. Na, warte mal. Wir wollten aber erst zum großen Knall, oder? Da ist nämlich ganz da drüben. Der Kurt. Was für ein Name, oder? Ja. Bestimmt ein Deutscher. Ah, ich bin schon da. Okay. Deine T-Shirt-Farben sind echt eklig. Hey, halt mal. Jetzt, los, herr mit der Bombe. Weißt du was für mich? Ja, einen Prototypen dort auf dem Tisch. Zum Teste freigegeben. In der Nähe gibt es einen verbarrikadierten Tunnel. Am Tag wimmelt es da drin von Schattenjägern. Nachts sollte er relativ leer sein. Das ist der beste Ort für einen Bombentest. Alles klar. Ich werde dir berichten, wie es lief. Noch was. Denk an die Böller. Die Bombe geht hoch, sobald sie aufgehört haben zu knallen. Das ist dein Zeitfenster, um da rauszukommen. Viel Glück. Nice. Cool. Aber die stand davor. Diese Mission kann man glaube ich sogar nur nachts machen, oder? Ja. Das trifft sich ja gut. Dann machen wir die auch mal gleich. Kann wir die noch machen? Ja. Okay. Hier ist wieder so ein Albtraum. Jäger. So Albträumen. Ich finde, dadurch, dass wir jetzt so unglaublich stark sind, ist das überhaupt gar keine Gefahr mehr. Ich weiß noch am Anfang, wie wir rumgeschlichen sind. Und jetzt? Voll die Schüsse und jetzt gar nichts mehr. Ja, komm doch her. Guck mal, wie ihr mich anguckt. Guck mich doch an. Komm her. Komm her. Komm her. Es schreit nur ein bisschen rum, gell? Ja, jetzt kommt er. Mach doch einen großen Macker. Oh, gewann der von mir! Der Sack. Okay, komm. Lauf, Masti, laufe! Lass mich nicht allein! Die schlagen mich! Wir müssen, glaube ich, runter. Zocki! Zocki! Was denn? Was denn? Was denn? Lass einen hinter mir! Zocki! Zocki! Jetzt komm doch hier runter, Mann! Was hast du? Ach, verdammt! Ja, Gott noch mal, Alter. Hier ist alles voll. Wo bist denn du hin? Ich bin hier unten. Ich bin auf der Brücke. Ja, und ich bin unter der Brücke! Zack! Eck mit euch! Oh nein, wir sterben! Ich muss mich verbinden, ich muss mich verbinden. Aber schnell! Bei dir! Hä, wie kommt man da? Müssen wir von der anderen Seite rein, oder was? Ja. Ja, komm, 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 komm! Ja, mal wieder hoch auf die Brücke! Wie hoch auf die Brücke? Naja, wir müssen hier irgendwie... Keine Ahnung. Wir müssen hier irgendwie durch. Auf die andere Seite. Geh weg! Ach, hau ab, Mann! Komm, nochmal! Einen! 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 Mein Schwert ist gleich im Arsch! Hilfe! Ey, mein Schwert ist am Arsch! Jetzt weiß ich nicht, warum eigentlich alle überleben! Ja, weil deins am Arsch ist, oder was? Aua! Einen!